hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünen Felderland so dann geht es weiter da war ja was hallo Volker Bauna Jo Volker Diesel hier Servus Servus sag mal wie geht es dir eigentlich so ähm gut soweit bist du wieder mobil mit deinem Fuß ja klar 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 ist doch schön ich bin wieder voll aktiv ja ich bin auch gerade oben beim Stefan Wasser hin und her kutschieren achso ich habe mir gerade Wasser liefern lassen ja ja ich war letzte Woche auf Fortbildung ja ja hab ich mitgekriegt ähm wie schaut es denn mit meinem Feld aus deinem Feld ich weiß ja nicht wo mein John Deere geblieben ist hast du ja noch glaube ich im Einsatz der müsste in meinem Wald stehen aber wir haben ja auch noch ein Xerion Stimmt äh ich hatte äh hast du mit Stefan schon gesprochen ja hat er dir gesagt dass wir äh uns mittags bei der Helga treffen hat er ok weil da müssen wir mal da alles quatschen ok ähm so also wie gesagt ähm mein Feld wartet halt immer noch darauf bestellt zu werden ja alles klar kümmere ich mich jetzt gleich drum also halt nicht ob du das zeitlich hinsetzt oder weiß es nicht muss jetzt gerade erstmal meine Viecher auch gleich danach versorgen ja das wäre die nächste Frage ob du noch äh 151 habe ich im Stall boah das wollte ich jetzt nicht fragen davon könnten wir locker wieder eine Fuhre in die Metzger fahren ja ich bräuchte aber auch noch Weizen, Zuckerrüben ne Karotten habe ich noch und Soja habe ich noch Zuckerrüben habe ich da dunge noch Weizen bräuchte ich sollte glaube ich auf mein Feld ne aber auf meinem Feld auf deinem war Dinkel ah ok Karotten habe ich auch noch also das äh das passiert jetzt bei mir nicht unbedingt ich habe mir nämlich noch ein paar Hühner gekauft Oha Eier geben gut Geld ja ja ok ähm dann bis gleich bis gleich ja also warte mal klingelingeling jo äh ich bin es nochmal ähm der Excelon steht auf beide Dinge beide Helga auf dem Parkplatz alles klar dann lass ich da gleich am besten direkt den LKW stehen Jupp da steht auch mein äh äh den Strautmann der hinten dran hängt den kannst du mit runter bringen alles klar gut bis gleich jo also ne äh was machst du denn? du bist ja jetzt dran oder? ich werde dann nach äh nachdem ich Wasser hin und her gekutschiert habe ist ja jetzt sowieso grad die letzte Fracht werde ich runter fahren äh den äh Trecker mitnehmen ok den Xerian ja ok passt ich bin erstmal im Wald beschäftigt also falls ihr mich braucht mach da jo gut bis denn tschau tschau ok so ich hole mir nämlich jetzt meine Poltergabel und dann müssen wir hier ein bisschen Ordnung schaffen im Wald Poltergabel steht am Hof äh Palettengabel sorry ja ist halt ein bisschen doof ne mein Feld liegt brach und geht nichts voran hm ich will von den Zweien jetzt wirklich wissen arbeiten wir an einem Strang oder was machen wir ja 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 Stefan Müller hier äh diesen ok gut du fährst jetzt zu mir am Hof ja gut da steht auch noch dein LKW ja den haben wir doch gesagt den lass mal hier unten wegen Transportmenge ja da ist halt der Anhänger mit drin ok oder reicht dir der kleine Strautmann Anhänger ne ich hab äh 12 Paletten insgesamt ne ne dann hol dir den großen ja dann bis gleich jo bis gleich äh kannst du ihn am Hof abholen ich bin nämlich im Wald dann ist der Gewerk ok tschö ok ok das Hof Paletten wohl kommt er langsam eigentlich mal aus den schwarzen Zahlen raus äh aus den roten Zahlen das würde mich auch so interessieren also das sind sind so ein paar Sachen die wir später bei der Helga besprechen müssen wie schaut es wirtschaftlich in den einzelnen Höfen aus? macht ihr Profit oder auch nicht? äh machen die Profit oder auch nicht? weil es ist ja die Genossenschaft gefunden worden damit wir alle zusammen Profit machen wenn das aber nicht funktioniert dann ist es doof oder aber denken noch nicht , ob es da ist vielleicht Vielen Dank. Vielen Dank. Ich meine, dass bei der Holzkohle ja mehr drin ist, oder? Holzkohle. Die sechs Paletten sind auch Viertausender. Das macht also den Bock nicht fett. Ich denke, dass ich mal ein paar Leerpaletten sortiere. Okay. Okay. Da, da, da. Damit ich da wieder ein bisschen Platz habe. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Okay. Okay. Ja, das ist halt ein bisschen nervig. Okay. Okay. Wenn du von der Helga kommst, kannst du mir dann den kleinen Strautmann ins Sägewerk bringen? Da kann ich statt. Okay. Danke dir. Ja, du doch. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. 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 Dann gucken wir mal, wie viel wir davon haben. Aber vielleicht lohnt es sich davon, dann auch schon mal wieder welche zu verkaufen. Was heißt wieder? Wir haben ja noch nie welche verkauft. Vielleicht lohnt sich das. Dann kann man auf die Preise gucken. 270. 270, das heißt ungefähr 1000 Euro pro Holzscheitelpalette. Wie viel kriege ich denn auf dem Anhänger? 2, 4, 8, also 12 bis 16 Paletten. Die müssten eigentlich gehen. 24, 8 sind 32, geteilt durch 4 sind 8000 Euro. Müssen wir mal gucken. Dann muss ich meinen Müller nochmal anrufen. Klingelingeling. Effe Müller hier. So, Volker hier. Du, wie schaut es denn aus? Kann man bei deinem LKW eigentlich die Bordwände runter machen? Ja. Vielleicht kannst du das machen, wenn du den Anhänger zurückbrennst. Dann können die nämlich ein bisschen was... Auf die Garage kann ich bei dir leider nicht zugreifen. Ja, ja, deshalb kann sie bei dir dann machen. Oder beim Händler das vorbeikommen. Ja. Ich kann nicht machen. Lass Gott den Traktorbrett unterstehen von mir. Ja. Der LKW braucht ihn nicht. Oh, genau. Den LKW braucht es ohne Bootwände. Ja. So, dann fahr ich mir einfach schneller und dann bringt uns zu gehen. Nee, du kannst erst, wenn der Anhänger fertig ist. Wenn du mit dem Anhänger fertig bist, das reicht auch. Kein Thema. Ich habe jetzt... Jetzt aktuell brauche ich den noch nicht. Okay. Bis dann. Jo. Ciao. Ciao. So, jetzt haben wir einen kleinen Bock geschossen. Ich muss mir hier ein bisschen. Ah, die haben die Paletten hinter meinem Titelader ausgeladen So, ich bedanke mich bei euch an dieser Stelle aber fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat Lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da Das haben wir geschafft Schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Willfarmin Bis dahin Macht's gut, tschüss Bis dahin